So, hier haben wir Toronto. Das gelbe, äh ja das orange anzünden. Ja, das, wach rein, nicht, einfach anzünden. So, hier haben wir Sevilla, 60 Schuss, Koste. Küche, pappi, 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 pappi. Oh, ich bin da fast. Ich bin da fast. Oh, ich bin da fast. Ja, oh, klar. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Schön, hä? Schöne Farbe, gell? Auf! So, hier haben wir Alligator. Gott, lass dich gut. Boah, stinkt das, komm. So, hier, wo ist es? Oh, Gott, leck das! Wooh! So, hier, wo ist's? Ja, so. Ja, so. So, hier, wo ist's? So, jetzt haben wir hier die Muskete, 64 Schuss. So, jetzt haben wir die Muskete, 64 Schuss. So, jetzt haben wir die ersten Bälle, die Tarnplätze und alles. Die Tarnplätze, hier, ganze Dinger hier. Zwei Stück zusammen. Ja, ich muss jetzt hier. 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 So, hier haben wir das selbstgebaute Alligator. So, mit Effektkugeln, mit Color Twins, mit RPA und Radar. Ja, ich muss jetzt hier. Ja, ich muss jetzt hier. Ja, ich muss jetzt hier. Ja. Ja. Ja, es sind nicht alle hochgegangen, aber trotzdem schön. So, jetzt haben wir noch ein paar selbstgebastelte. Mit ABA, Fohlstreck und Radar. So, hier haben wir einen mit Radar. So, nächster. So, jetzt haben wir die Zink. So, jetzt haben wir die Zink. Mit Zink. Grundsalute. So, nächster. Das ist nun mit ABA, Fohlstreck. So, jetzt machen wir gleich drei gleichzeitig. Perfekt. Alles hier. Ja, alles voll voll. Black Ice auch wieder dabei. Alles voll, ganz wie die Sonne. Alles voll. So, hier ist meine Kugelbombe. So, ich muss jetzt mal verstecken ein bisschen. Vor der Polizei kommt, ne. Ah, ich muss noch was zeigen. So, wie vor haben wir denn? Erstmal Feuerwerk für Silvester. Da haben wir alles dabei. Geben wir einmal hier rum. So, Essig auch dabei. Krabstatt. Kleckereis ist auch dabei. Da haben wir noch mal die Zink. Da kommen wir später dran. Und da unten ist ja mal die Kugelbombe versteckt. So, hier ist ein bisschen Merbel. Signalrakete. So, erst mal ein bisschen Merbel. Soll ich mal ein Schafieren das hier? Zinkfeuerwerk. So, Zinker. Signalrakete. Geh weg. Geh weg. Weg. Mach. Mach. Geh weg. Wieviel haben wir? 3,250. Jawohl, genan! Oh, gut! Oh, gut! Oh, gut! So, jetzt kommt Zinkerin 901. Jetzt gleiche gehen wir da. Jetzt gleiche gehen wir da. Los, Zinn. Feuerwerk, weg, weg! Geh weg ohne Schiff! Jetzt Feuerwerk! Boah, auf! Wow! So, da haben wir hier Pakete noch. Silberkreisblitz. So, da haben wir noch hier Bodensalute. So, jetzt haben wir Kugelbomben mit... So, jetzt haben wir Kugelbomben mit... So, jetzt haben wir Kugelbomben mit... So, jetzt haben wir Kugelbomben mit allen Zinkvollstrecken. Machen wir erstmal die Batterie rein hier. Diese Kugelbomben mit der Kugelbomben. Aber so, jetzt machen wir die Pferde auch mal richtig. Stimmen und die Kugelbomben mit der Zinkvollstrecken. So haben wir W associate. Machen wir kauf mal! Das hat der Chancelbomben hier. Kasse Glossier. Ein Block aus Kettelhäuser hier. So, jetzt kommt der finale Kugelbombe. Kugelbombe. So, die noch ein bisschen weit vermieden. Machen wir heute für heute die letzte Kugelbombe. Ich wünsche euch alle ein schönes neues Jahr und einen guten Rutsch. Ich denke mal, dass ich Zeit aufzuhören. Vielleicht kommen noch Videos, vielleicht nicht, also. So, jetzt kommt der Galeator. So, jetzt kommt der Galeator. Dann kommt der Galeator. Jetzt kommt der Gale vor. Oh, fuck you. So, hier haben wir ein Bumdu Maxi. so jetzt so, Cobra noch hinterher Cobra 6 so, der nächste Maxi so, das war's ich wünsche euch alles Ruhe Neues ja und Tschüssle die Bullerei so, das war's Achtung! Achtung! Aber da gibt es doch die Lagerungen, ich weiß nicht mehr wie die sind. Die von Italien, da kommen Sterne, Farben, wie ein Regenbogen und dann BOOM! Ja. Ich fahre jetzt hier ab Wundumbik, in einem Block, auf der Milchonne. Manni! Manni! Waaaah! Ohohoho! so